Ich muss Delagosa und Syjana Nachtkleve finden. Trefft mich oben am Aussichtspunkt. Wir bringen es gemeinsam zu Ende. Kommt und zeigt, was ihr könnt. Nachtkleve hat sich etwas verändert. Wir sind auf euch vorbereitet. Ich kann die Teufelsenergie spüren. Wir haben euch erwartet. Wie geht es, Khadgar? Nachtkleve beweist euch. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ja, meine Herrin. Keiner von euch kann es mit meiner Macht aufnehmen. Ich bin''! Geh! Könntet ihr nur die Maske-Legion vermessen? Schließt euch und an, Horvath! Niemals! Meines Kriegsgräsen werden euch und eurem neuen Herren ein Ende wechselt. Aber... Sie haben mir versprochen! Wir müssen verschwinden, bevor wir überrannt werden. Verräter, die sich mit der Legion einlassen, können nicht geduldet werden. Das war ein herber Schlag für sie. Doch die Legion beschwört weitere, noch mächtigere Dämonen. Wenn wir ihnen gestatten, sich neu zu sammeln, sind die verheerten Inseln verloren. Ihr müsst zur Azurschwingenrast kommen und meinen Großvater Senegos treffen. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Ich wünsche Ihnen einen Umgang, mein Planから zu angeln, nämlich die Dämonen.